Musik So, endlich mal wieder zu Hause nach zwei sehr stressigen Wochen, viel Promo, viel hier und da im Saturn gespielt und Radiointerviews etc. etc. Und seit Freitag, dem 28.03.2008 im Handel, Comacumelion, das neue Album. Zum vierten Mal, sagen wir mal zum vierten Mal bei MTV TRL Rock auf Platz 1 gevotet wurden und dafür natürlich wieder mal ein großartiges Dankeschön. Dankeschön an alle, die gevotet haben, ans Street Team, ans Forum, alle, 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 die die Knöpfe gedrückt haben mit den Zahlen drauf oder auch die Wählscheibe noch, wer weiß. Ab dem 22.04. sind wir auf Tour. Alle Daten und Infos auf Donuts.com Vielen, vielen Dank dafür, wir sind hammer, hammer glücklich und vielleicht schaffen wir es sogar fünfmal, wer weiß das schon. Als Dank gibt es hier auf jeden Fall von uns, unplugged, einfach so im Zimmerchen eingeprügelt, this is not a drill, in einer etwas anderen Version. Bitteschön. Der sieht ein bisschen anders, wenn er auf einmal... Ja, dann muss ich wenigstens sehen. Wie cool das ist. Wie viel besser als den Ruhraum. Wie viel besser als den Ruhraum. Wie viel besser als den Ruhraum. Wie ihr von curve,stöke mich leicht ihn in der Vanderliv? Wie viel besser als den Ruhraum. Dankeschön. Thema V 뜨來, Wauen wir einfach mal rein! Jetzt einfach mal blind! Lange in Jordan, F indicke nach seven, gar nicht flex-19er Zeit, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.